Redaktionsbesprechung beim TV-Kanal Ost-West in Berlin. Moderator Konstantin Haketal bereitet die tägliche russischsprachige Nachrichtensendung vor. Wir berichten über die heutige Konferenz von Putin in Moskau, der immer noch glaubt, dass die russische Wirtschaft sehr ständhaft alle Sanktionen überwinden wird. An diesem Tag wird wie immer mittags um zwölf entschieden, was heute wichtig ist, was gesagt und was am Abend gezeigt werden muss. Zuständig ist Chefredakteurin Maria Makieva. Sie war früher stellvertretende Chefredakteurin von TV-Dosht, des letzten unabhängigen Fernsehkanals in Russland. Der Sender wurde Anfang März von Behörden gesperrt. Hier wird das Wort Wojna, Krieg, demonstrativ benutzt. In Russland drohen dafür bis zu 15 Jahren Haft. Makieva leitet seit 2016 die kleine Redaktion. Das etwa zehnköpfige Team aus Russen, Ukrainern und Deutschrussen aus Kasachstan arbeitet seit dem Beginn des Krieges im Ausnahmezustand. Es ist für jeden auch psychologisch belastend, diese Ereignisse, weil die sind quasi bei dir zu Hause stattfinden. Und du hast Freunde, du hast Verwandte, auch in der Ukraine, auch in Russland. So oder so ist jeder von uns betroffen. Konstantin Hacketal lebt seit 2008 in Berlin. Er zog damals aus privaten Gründen von Moskau hierher. Er ist einer von gut 230.000 Russen in Deutschland. Einige von ihnen demonstrieren sogar hierzulande für Putin. Auch darüber berichtet der Sender Ost-West ausführlich. Leute, die pro Putin sind und leben hier in Deutschland, die kann ich nie so richtig verstehen. Weil die haben Zugang zu allen Informationsquellen. Die leben hier in Deutschland und genießen sozusagen diese Demokratie und trotzdem irgendwie an Putin glauben. Da muss wahrscheinlich, das ist die Sache von Psychotherapeut. Die Spaltung in der Community ist vor allem auf den Social Media Plattformen sichtbar. Seit 1996 ist Ost-West auf Sendung. Zu sehen ist der Privatsender über Kabel und Internet. Finanziert wird er über Kabelabonnenten und Werbung. Die Aufgabe, die sich der kleine Sender gerade in der heutigen Situation täglich stellt, ist beachtlich. Aufklärung für die russischsprachigen Communities in Deutschland und weltweit. In Russland ist Ost-West noch übers Internet zu empfangen. Der putinsche Würgegriff gegen die Medien ist über die Jahre immer enger geworden. Auf der Rangliste der Pressefreiheit steht Russland heute auf Platz 150 von 180. Reporter ohne Grenzen dokumentiert seit Jahren die Kreml-Taktik. Immer mehr Gesetze beschränken die Medien- und Internetfreiheit. Wer als Journalist Geld aus dem Ausland bezieht, gilt automatisch als ausländischer Agent. Beiträge müssen entsprechend markiert werden, ansonsten droht Haft. Seit Kriegsbeginn drohen Kritiker aufgrund vager Antiextremismus-Gesetze jahrelange Gefängnisstrafen. Die Folge dieser Zensur ist ein steter Exodus von Journalisten aus dem Land. Um ihren Job auszuüben, fliehen sie nach Georgien, die Türkei, Armenien, ins Baltikum, nach Polen oder Tschechien. Heute sind hunderte Journalisten aus Russland verstreut in ganz Europa. Genaue Zahlen dazu gibt es nicht. Auch in der Redaktion Ost-West in Berlin-Charlottenburg fand eingefährdeter Journalist Zuflucht. Russland Dergalov flog zu Kriegsbeginn von Moskau nach Istanbul und strandete dort für mehr als einen Monat, ohne Pass und ohne funktionierende Bank- oder Kreditkarten. Bis Maria Makieva ihm nach Berlin verhalf. Zwei Jahre lang arbeitete Russland für den Sender als Social Media Manager von Moskau aus online. Vor einem Tag endete seine Odyssee, jetzt überwiegt die Erleichterung. Einerseits ist es sehr traurig, was passiert in der Welt und dass ich sollte mein Heimatland verlassen und ich weiß nicht, wann komme ich zurück nach Russland. Und andererseits, es gibt etwas Gutes und Fröhliches, dass sich persönlich alle diese Leute getroffen haben, weil das sind echt gute Leute und ich bin stolz, dass ich mit diesen Leuten arbeite. An Tag zwei in der Redaktion ist ein neues Projekt bereits in der Mache. Alles ist nicht so schlecht. Alles ist super. Er ist in eine bessere Situation als viele unserer Kollegen, ohne einen Job, ohne Geld in Hand, ohne eine Visa, ohne eine Möglichkeit zu gehen. Putin hat alles getan, was wir für 30 Jahre in Russland gemacht haben. Es ist sehr schuldig, dass wir von einem Land nicht in der Zukunft haben. Kurz vor sieben Uhr, letzte Handgriffe vor der Sendung. Was er sich davon erhofft, ist für Konstantin Hacketal klar. Natürlich wäre es optimal, dass die Leute hinter der Mauer, also hinter dieser neuen Mauer, diese Berichterstattung mal sehen und hören, was in ihren Köpfen vielleicht ein bisschen Zweifel erweckt an russischer Propaganda. Klar, ich werde nicht jeden erreichen, aber wenn ich ein paar Leute erreiche, ist es schon Erfolg. Die Bilder zu zeigen, Kriegsverbrechen als solche zu benennen, das verstehen diese Journalisten als ihre Aufgabe. Und das wird von diesem kleinen Studio aus auch an diesem Abend um 19 Uhr passieren, wie an jedem Werktag. Döbervächere, guten Abend, говорит und показывает Berlin. Wir sehen uns auf der Sendung auf dem Niemetzigen Telefonnale Ostwest. Bis zum nächsten Mal.